Bei Moderatorin und Astrologie-Expertin Palina Ruzinski stehen die Sterne aktuell sehr gut. Sie soll nämlich wieder auf Wolke 7 schweben, nachdem sie Anfang dieses Jahres verkündet hat, dass ihre Verlohung geplatzt sei. Ihr neuer Freund ist Millionenerbe von einem der größten luxemburgischen Supermarktketten und stammt außerdem aus einer adeligen Familie. Alle Infos und Details zu ihrer neuen Liebe und ob schon bald eine Hochzeit ins Haus steht, lesen Sie diese Woche in bunte. In unserer Titelgeschichte diese Woche geht es um Königin Maxima der Niederlande. Bei aktuellen Auftritten wird sie so stolz und selbstsicher wie nie. Doch was viele nicht wissen, hinter den Kulissen führte sie jahrelang einen Kampf gegen sich selbst. Denn schon in ihrer Kindheit fühlte sie sich unwohl in ihrem Körper und ihre Mutter thematisierte Maximas Gewicht fast täglich. Diese Woche lesen Sie, wie Maxima endlich lernt es sich selbst zu lieben. Natürlich haben wir diese Woche auch ein weihnachtliches Thema für Sie. Wir haben hinter die Kulissen von Deutschlands schönsten Weihnachtsmärkten auf Schloss Kaltenburg, Schloss Bügelburg und Co. geblickt. Warum die Weihnachtsmärkte gerade für die Schlossherren so wichtig sind, hat uns unter anderem Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe erklärt. Viel Spaß beim Lesen! Viel Spaß beim Lesen!